Nachdenkseiten Die kritische Website Samor Hirsch Das Nord Stream Geisterschiff Die falschen Details in der CIA-Tarngeschichte Von Samor Hirsch aus dem Englischen von Susanne Hofmann Die CIA führt fortwährend verdeckte Operationen auf der ganzen Welt durch Und jede von ihnen braucht eine Cover-Story, falls irgendetwas schiefläuft, was häufig der Fall ist Genauso wichtig ist es, eine Erklärung zu haben, wenn es glatt geht, so wie im Herbst in der Ostsee Binnen Wochen nach der Veröffentlichung meines Berichts, wonach Joe Biden die Zerstörung der Nord Stream Pipelines angeordnet hat Holte die CIA eine Story zur Vertuschung hervor und fand willige Abnehmer in der New York Times und zwei großen deutschen Zeitungen Indem sie die Geschichte von den Tiefseetauchern und einer Crew in die Welt setzte, die nicht existierte Hielt die CIA das Protokoll ein und die Story war wohl Teil der ersten Tage geheimer Planung der Zerstörung der Pipelines gewesen Dreh- und Angelpunkt war eine mythische Jacht, die ironischerweise den Namen Andromeda trug Benannt nach der schönen Tochter eines mythischen Königs, die nackt an einen Felsen gefesselt wurde Die Cover-Story teilte die CIA mit dem BND, dem Deutschen Geheimdienst Mein erster Bericht erfuhr weltweit Beachtung, wurde aber von den großen Zeitungen und Fernsehsendern in den USA ignoriert Als die Story in Europa und anderswo im Ausland an Fahrt aufnahm, veröffentlichte die New York Times am 7. März einen Bericht In dem sie US-Beamte zitierte, die behaupteten, dass der US-Geheimdienst Informationen gesammelt hatte, die nahelegten, dass eine pro-ukrainische Gruppe die Pipelines sabotiert hätte Laut dieser Story beschrieben Beamte, welche die neuen Informationen geprüft hatten, diese als Schritt auf dem Weg, die Verantwortlichen für die Pipelinesabotage zu bestimmen Die Story der Times erhielt weltweit Aufmerksamkeit, doch seit ihrer Veröffentlichung hat man von der Zeitung nichts mehr dazu vernommen, wer was getan hat In einem Interview für einen Podcast der Times erklärte einer der drei Autoren des Artikels ungewollt, warum die Story von Anfang an mausetot war Der Journalist wurde nach der Rolle der angeblich pro-ukrainischen Gruppe gefragt Wie kommen sie darauf, dass es sich so zugetragen hat? Er antwortete Um es deutlich zu sagen, wir wissen kaum etwas darüber, nicht wahr? Am 3. April berichtete die Washington Post, dass einige europäische Ermittler nun bezweifeln, dass die Andromeda die Pipelines ohne Hilfe eines zweiten Schiffs hätte sabotieren können Einige fragten sich, ob die Rolle der Andromeda der Ablenkung diene oder nur Teil des Bilds war Der Artikel legte nicht nahe, dass die beiden Administrationen in die Zerstörung der Pipeline verwickelt war Zitierte aber einen nicht namentlich genannten europäischen Diplomaten, der sagte Jeder könne die Leiche da liegen sehen, aber alle täten so, als ob alles normal sei Es ist besser, es nicht zu wissen, sagte der Diplomat Es wurden in der Post keine amerikanischen Amtspersonen zitiert, nicht einmal anonym Die beiden Administrationen ist eine Nord Stream-freie Berichtszone geworden Das können sich die CIA-Beamten ans Reverse heften, die die Medien hier zufolge und im Ausland mit erfundenen Storys gefüttert haben Im erfolgreichen Bemühen, die Aufmerksamkeit der Welt auf alle möglichen Verdächtigen zu fixieren Nur nicht auf denjenigen, der als der erste logische erscheint, den Präsidenten der Vereinigten Staaten Die Times berichtete auch, dass ein europäischer Abgeordneter, der von den Geheimdiensten seines Landes unterrichtet worden war, sagte Dass die Dienste Informationen zu 45 Schiffen sammelten, deren Transponder auf ihrer Fahrt durch das Gebiet, in dem die Pipelines gesprengt wurden, nicht eingeschaltet waren Eins der sogenannten Geisterschiffe könnte die Minen angebracht und später gezündet haben Nachdem die Story der Times online ging, beeilte sich die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung einen Bericht über eine Untersuchung zur Nord Stream-Sprengung zu veröffentlichen Die sie seit Monaten recherchiert hatte, in Zusammenarbeit mit einem Fernsehsender Die Wochenzeitung beschrieb darin etwas Neues Sie identifizierte eine Yacht, die von einer Firma in Polen angemietet wurde, welche offenbar zwei Ukrainern gehörte Die Gruppe, die die Yacht mietete und die Pipelines zerstörte, sollen ein Kapitän, zwei Taucher, zwei Tauchassistenten und eine Ärztin umfasst haben Die Gruppe, von der Zeit als Attentäter bezeichnet, deren Namen nicht veröffentlicht oder nicht bekannt waren, benötigte gefälschte Pässe und hatte den benötigten Sprengstoff zum Tatort transportiert Die Yacht soll in der Nähe der dänischen Insel Bornholm gesegelt sein, die in der Nähe des Ortes der Pipelines-Sabotage liegt Die Zeitung berichtete, dass die Yacht in ungereinigtem Zustand an die Leihfirma zurückgegeben worden war Solche Yachten können 2000 Dollar oder mehr pro Woche kosten Auf diese Weise konnten die deutschen Ermittler Spuren von Sprengstoff auf dem Kabinentisch finden In späteren Artikeln hieß es, dass die Ermittler außerdem zwei gefälschte ukrainische Pässe fanden, die auf der Yacht zurückgelassen wurden Eine spätere Story im Wochenmagazin Der Spiegel sagte, dass die betreffende Yacht Andromeda hieß Daraufhin veröffentlichte ich einen verlinkten Artikel auf Deutsch, der nahelegte, dass die Information, die die deutsche Bundespolizei sowohl der Zeit als auch dem Spiegel zur Verfügung stellte, ursprünglich vom US-Geheimdienst stammte Der Autor des Zeitberichts, Holger Stark, ein erfahrener Journalist, den ich kenne, seitdem er vor rund zehn Jahren in Washington arbeitete, kontaktierte mich und beschwerte sich über diese Aussage Stark sagte mir, dass er ausgezeichnete Quellen bei der Bundespolizei habe und seine Informationen daher stammten und nicht von einem Geheimdienst, weder einem Deutschen noch einem US-Amerikanischen Ich glaubte ihm und korrigierte die Story sofort Ich räume ein, es ist schwierig für einen Journalisten über einen Journalisten Kollegen zu schreiben, insbesondere über einen guten Doch in diesem Fall geht es um Fakten, die einfach akzeptiert wurden, die aber hätten hinterfragt werden sollen Beispielsweise habe ich Stark nicht gefragt, ob er sich gefragt hat, wie es kommt, dass eine amerikanische Zeitung in fast 4000 Kilometer Entfernung Dieselbe Behauptung über eine Gruppe namenloser Ukrainer ohne Beziehung zur Führung in Kiew veröffentlicht hat, von denen Beamte in Deutschland sagten, sie wären hinter ihnen her gewesen Wir haben aber auch über etwas gesprochen, was Stark erwähnte Dass Beamte in Deutschland, Schweden und Dänemark kurz nach der Sprengung der Pipeline beschlossen hatten, Teams zum Tatort zu schicken, um die eine Miene zu bergen, die nicht explodiert war Er sagte, sie seien zu spät dran gewesen Ein amerikanisches Schiff sei innerhalb eines Tages oder innerhalb zweier Tage bereits zum Tatort geeilt und habe die Miene und anderes Material geborgen Ich fragte ihn, warum die Amerikaner seiner Meinung nach so schnell am Tatort waren und er erwiderte mit einer wegwerfenden Handbewegung Sie wissen doch, wie die Amerikaner sind, wollen immer die Ersten sein Es gab aber noch eine andere, sehr offensichtliche Erklärung Der Trick einer guten Propaganda-Operation besteht darin, die Zielgruppe, in diesem Fall die westlichen Medien, mit dem zu versorgen, was sie hören möchten Ein Geheimdienstexperte formulierte es mir gegenüber kurz und prägnant Wenn man eine Operation wie die mit den Pipelines durchführt, muss man eine Paralleloperation planen Ein Ablenkungsmanöver, dem ein Hauch von Realität anhaftet Und sie muss so detailreich wie möglich sein, damit man ihr Glauben schenkt Die Leute heute vergessen, dass es so etwas wie eine Parodie gibt, sagte der Experte Gilbert und Sullivan's HMC Pinawa ist nicht die Geschichte der Royal Navy im 19. Jahrhundert Es ist eine Parodie Das Ziel der CIA im Falle der Pipelines bestand darin, eine Parodie zu produzieren An die so gut war, dass die Presse sie glauben würde Doch wo fangen wir an? Man kann die Pipelines ja nicht durch eine von einem Flugzeug abgeworfene Bombe zerstören lassen Oder von Matrosen auf einem Schlauchboot Warum aber nicht von einem Segelboot? Jeder, der sich mit dem Ereignis ernsthaft beschäftigt, wüsste, dass man ein Segelboot Nicht in Gewässern ankern kann, die 80 Meter tief sind Also die Tiefe, in der die vier Pipelines zerstört werden sollten Doch die Story zielte nicht auf so jemanden ab Sondern auf die Presse, die eine Parodie selbst dann nicht erkennen würde, wenn man sie ihr vorlegte Der Geheimdienstexperte listete alle Voraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen Ehe jemand eine teure Yacht chartern kann Man kann nicht einfach mit einem falschen Pass von der Straße herein daherkommen und ein Boot mieten Man muss entweder einen Kapitän übernehmen, den der Leasingvermittler oder Besitzer der Yacht stellt Oder einen Kapitän haben, der ein Kapitänspatent mitbringt, wie es das Seerecht verlangt Jeder, der jemals eine Yacht gechartert hat, weiß das Ein ähnlicher Nachweis von Fachwissen und Kompetenz im Bereich Tiefseetauchen, bei dem eine spezielle Gasmischung erforderlich ist Bräuchten auch die Taucher und der Arzt Der Experte hatte weitere Fragen zur angeblichen Yacht Wie findet ein 15 Meter langes Segelboot die Pipelines in der Ostsee? Die Pipelines sind nicht so groß und sie sind nicht in den Seekarten eingetragen, die man mit dem Mietvertrag bekommt Vielleicht war der Gedanke, die zwei Taucher ins Wasser zu setzen, nicht so einfach von einer kleinen Yacht aus und die Taucher danach suchen zu lassen Wie lange kann ein Taucher in seinem Taucheranzug da unten bleiben? Vielleicht eine Viertelstunde? Das heißt, ein Taucher bräuchte vier Jahre, um eine Quadratmeile, also 2,56 Quadratkilometer, Anmerkung der Übersetzerin, abzusuchen Die Medien stellten keine dieser Fragen Da sind also sechs Personen auf der Yacht, zwei Taucher, zwei Helfer, eine Ärztin und ein Kapitän, der das Boot gemietet hat Eines aber fehlt, wer sollte die Yacht steuern oder kochen? Was ist mit dem Logbuch, das die Mietfirma aus rechtlichen Gründen führen muss? Nichts davon ist passiert, so der Experte Hör auf damit, das mit der Realität in Verbindung zu bringen Es ist eine Parodie Die Storys in der New York Times und der europäischen Presse geben keinerlei Hinweis darauf, dass überhaupt jemals ein Journalist an Bord der Yacht gehen und sie physisch untersuchen konnte Sie bittet auch keine Erklärung, wieso ein Passagier einer Yacht Pässe, gefälscht oder nicht, nach einer Anbietung an Bord liegen lassen würde Es wurden Fotos eines Segelboots namens Andromeda auf einem Trockendock veröffentlicht Nichts davon kann eine schlechte Vertuschungsstory retten, sagte mir der Geheimdienstexperte Man wird nie damit aufhören zu versuchen, Fiktion und Wahrheit zu verwandeln Jetzt ist es ein Bild eines Segelboots, das nach der Untersuchung auftaucht, die nicht zurückverfolgt werden kann Ohne Zulassungsnummer, wie es sein müsste Die Andromeda hat den Piltdown-Menschen in der Presse ersetzt Der Experte hatte einen abschließenden Gedanken In der Welt professionelle Analysten und Operateure wird jeder zu Recht aus der Story schließen Dass die teuflische CIA einen Countercomputer zusammengesponnen hat Die so offensichtlich lächerlich und kindisch ist, dass ihr echter Zweck darin bestand, die Wahrheit zu untermauern Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Outro